Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert und wir sind dabei uns wirtschaftsbezogene Qualifikationen IHK anzuschauen, die Grundlagenausbildung für verschiedene IHK-Abschlüsse. Ich selber bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen. Hilfsmittel zu vielen Gebieten finden Sie unter spaßlern-shop.de Wenn Sie dann klicken auf Lernkarten und MP3s, finden Sie auch zu diesem Berufsbild etwas. Und es geht weiter im Rahmenplan, Sie sehen hier 1, 2, 3, 4 Hauptfächer und wir steigen ein in VWL, BWL, schauen was sich dahinter verbirgt. Da sind einmal Märkte und Preise, also wie bilden sich auf Märkten Preise, welche Mechanismen gelten hier, welche Funktion hat der Wettbewerb, darum geht es. Dann das nächste heißt volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Ich gehe mal direkt auf das Ergebnis, das Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine wichtige Messgröße für das sogenannte Wirtschaftswachstum. Bruttoinlandsprodukt. Dann geht es weiter, immer streng nach Rahmenplan. Das nächste ist dann, wie man das Bruttoinlandsprodukt beeinflussen kann, positiv. Das nennt man Wirtschaftspolitik. Gezielte Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln, wie man immer so schön sagt. Und dann das Gebiet Außenwirtschaft, denn wir sind ein hochgradig exportorientiertes Land. Und deswegen ist Außenwirtschaft hier auch ein wichtiges Thema. Dann kommen BWL-Funktionen, da wir das später noch genauer betrachten, möchte ich hier nicht genauer darauf eingehen. Also die betriebswirtschaftlichen Funktionen, die Produktion, Absatzrechnungswesen und so weiter, das ist hier gemeint. Dann, sehr interessant, Existenzgründung heißt die Überschrift und da geht es um die Voraussetzungen und die Rechtsformen im Rahmen der Existenzgründung. Sehr bemerkenswert, dass das im Rahmenstoffplan drin steht. Und Unternehmenszusammenschlüsse, also Kooperationen, Formen der Kooperationen, Ziele von Kooperationen, das verbirgt sich hier dahinter. Lassen wir mich kurz schauen. Ich glaube, ja, das ist es schon. Im nächsten Gebiet, im nächsten Video geht es weiter, ziehen wir schon mal hier rüber, mit Rechnungswesen. Wenn Sie Lernhilfe interessieren, schauen wir nochmal kurz, Spaßlern, Denk, Shop. Und wenn Sie dann hier klicken, Lernkarten und MP3s, dann kommen Sie in den Verlag. Und hier finden Sie Hilfsmittel zu den verschiedenen IHK-Abschlüssen, unter anderem auch wirtschaftsbezogene Qualifikationen. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.